Herzlich Willkommen zum Kanal AUFERSTANDEN! Zu aller erst gibt es etwas zu feiern und zwar 100 Abonnenten. Nicht weil ich so toll bin oder weil dieser Kanal so toll ist, sondern weil Gott existiert, weil Jesus lebt und weil der christliche Glaube wahr ist und natürlich weil jeder neue Abonnent dafür sorgt, dass diese Videos mehr Zuschauern bei YouTube und Facebook vorgeschlagen werden. Zum anderen hatte ich eine kleine Videopause. Das liegt daran, weil ich bei Jay Smith zurzeit den Kurs über den frühen Islam mache. Der ist doch etwas arbeitsintensiver und sobald er vorbei ist, kommen auch aus diesem Kurs viele neue interessante Themen, aber natürlich auch weiterhin die Themen, die wir sowieso schon alle gemacht haben. Okay, nun aber zum Thema. In den zahlreichen Diskussionen, in den Kommentaren über die letzten Wochen und Monate ist von den Atheisten immer wieder ein Argument angebracht worden. Da es Leid in der Welt gibt, kann Gott nicht existieren. Auf meine ursprüngliche Frage nach dem besten Argument gegen Gottes Existenz kamen ja zunächst die beiden Verweise auf die Webseiten, auf die ich bereits geantwortet habe. Aber es hat sich dann ja herausgestellt, dass diese beiden Argumente doch nicht die besten Argumente gegen Gott sind, sondern dass die Frage nach dem Leid diesen Platz einnimmt. Was ich euch lieben Atheisten auf jeden Fall zugutehalten muss, dass ihr mit diesem Argument versucht, die Beweispflicht wahrzunehmen, in der ihr steht. Also wenn das Argument valide ist, dann beweist es, dass Gott nicht existieren kann. Bevor ich aber auf die Frage nach dem Leid eine Antwort gebe, sollten wir erst einmal das Argument korrekt verstehen. Erstens, wenn Gott existiert, dann ist er allmächtig und allgütig. An dieser Feststellung, da gibt es nichts auszusetzen, darin stimmen Atheisten und Christen überein. Es wird ja keine Aussage getroffen, ob Gott existiert, sondern nur etwas über seine Eigenschaften festgestellt, wenn er existiert. Zweitens, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er das Leid in der Welt beenden. Auch an dieser Feststellung gibt es nichts auszusetzen. Das ist eine weitere Aussage, in der Atheisten und Christen übereinstimmen. Natürlich weiterhin unter der generellen Prämisse, wenn Gott existiert. Drittens, wenn Gott allgütig ist, dann will er nicht, dass Leid in der Welt herrscht. Auch an Feststellung 3 gibt es nichts zu meckern. Ein allgütiger Gott will kein Leid in der Welt haben. Aus den drei Prämissen ziehen die Atheisten nun den folgenden Schluss. Da es offensichtlich Leid in der Welt gibt, ist Gott entweder nicht allmächtig und kann es nicht beenden oder er ist nicht allgütig und will es nicht beenden. Daher existiert er nicht. Das schaut in sich auf den ersten Blick sehr schlüssig aus. Wenn Gott allmächtig und allgütig ist, dann muss er das Leid in der Welt ja mit einem Fingerschnipsen beenden können. Das ist auch bei weitem kein neues Problem. Der Kirchenvater Lactantius antwortete bereits im dritten Jahrhundert darauf. Ein ganzes Buch der Bibel ist sogar dem Thema gewidmet, dass gottesgläubige Menschen Leid widerfährt. Das Buch Hiob fällt aber eher dadurch auf, dass Hiobs Freunde am Ende von Gott wegen ihrer falschen Antworten gerügt werden, weil sie zum Beispiel zu Hiob gesagt haben, Hiob, du erfährst dein Leid wegen deiner Sünden. Wir schauen uns nachher am Ende des Videos Gottes Antwort an Hiob noch an. Das ganze Problem wird auch Theodizee-Problem genannt. Das braucht ihr euch nicht unbedingt zu merken, aber der YouTube-Algorithmus, der freut sich natürlich immer darüber, wenn jemand nach Theodizee sucht und demjenigen dann ein tolles Video vorschlagen kann. Falls du also über den Suchbegriff Theodizee hier gelandet bist, herzlich willkommen. Theodizee ist griechisch und bedeutet Gottes Gerechtigkeit. Das Theodizee-Problem ist also das Problem der Gerechtigkeit Gottes. Das Theodizee-Problem ist ganz eng verknüpft mit der Frage des freien Willens. Haben wir einen freien Willen oder ist jede von unseren Handlungen determiniert und jeder Gedanke nichts anderes als eine neuronale Aktivität. Fangen wir mal mit der atheistischen Sichtweise auf den freien Willen an. Man kann in der Frage natürlich nicht alle Atheisten über einen Kamm scheren. Viele Atheisten haben aber ein streng naturalistisches oder materialistisches Weltbild. Sie gehen davon aus, dass nichts Immaterielles existiert. Ein freier Wille wäre allerdings immateriell. Und diese Atheisten lehnen daher die Existenz des freien Willens ab. Aber bei der Frage nach dem Leid muss diese Annahme einfach fallen gelassen werden. Der Atheist will hier ja einen Beleg liefern, dass Gott nicht existiert. Also darf er in der Prämisse nicht bereits die Nicht-Existenz von immateriellen oder übernatürlichen Dingen komplett ausschließen. Denn das ist es ja, was er beweisen will. Wenn er in der Argumentation a priori davon ausgeht, dann entsteht ein zirkuläres Argument. Das viel gravierende Problem bei einer materialistischen Betrachtungsweise ist jedoch, dass Leid in dem Fall lediglich eine Gehirnaktivität des Leidtragenden ist. Leiden wäre also nichts Schlimmes oder Schlechtes, weil es sich auf der rein materialistischen Ebene nicht definieren lässt, was gut und was schlecht ist. Die christliche Sichtweise des freien Willens andererseits ist klar, das Christentum lehrt, dass der Mensch einen freien Willen hat. Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Gott wünscht sich also von uns, dass wir ihn lieben. Das setzt voraus, dass er uns auch die Fähigkeit gegeben hat, ihn zu lieben. Liebe ohne einen freien Willen wäre unmöglich. Gott hat uns nicht als feuchte Roboter geschaffen, die entweder programmiert sind, ihn zu lieben oder ihn abzulehnen. Stell dir mal vor, dein Freund oder deine Freundin oder dein Ehepartner wäre nichts weiter als ein feuchter Roboter. Wenn du ihn fragst oder sie fragst, liebst du mich, dann kommt auf jeden Fall die programmierte, determinierte Antwort, ja, ich liebe dich. Oder du sagst zu ihm oder zu ihr, gib mir einen Kuss und dann gibt er oder sie dir einen Kuss. Das würde vieles natürlich auf den ersten Blick einfacher machen. Aber wäre das wirklich so cool? Ist es Liebe, wenn ein feuchter Roboter dir antwortet, ich liebe dich? Nein, natürlich nicht. Die Antwort wäre bedeutungslos und nichtssagend. Und genauso ist es zwischen Gott und uns Menschen. Wenn er uns sagt, dass er möchte, dass wir ihn lieben und unsere Reaktion darauf wäre prädestiniert und determiniert und geschieht nicht aus unserem freien Willen heraus, dann ist sie bedeutungslos. Das ist dann keine Liebe. Eine Welt ohne freien Willen wäre also eine Welt ohne Liebe. Aber mit so einem freien Willen lassen sich ganz viele Dinge anstellen. Ich könnte zum Beispiel hingehen und aus freiem Willen dir einmal kräftig in den Hintern treten. Und das würde schmerzen. Das würde wehtun. Damit verursache ich dir Leid. Und so langsam, denke ich, wird es klar. So ein freier Wille sorgt nicht nur dafür, dass Liebe überhaupt erst möglich ist. Ein freier Wille sorgt ebenso dafür, dass wir Böses tun können. Wir können ihn dazu benutzen, anderen Leid zuzufügen. Aber warum hat Gott uns dann nicht nur einen eingeschränkten freien Willen gegeben, um nur Gutes tun zu können, um zu lieben, aber nichts Böses zu tun und anderen Leid zuzufügen? Klar, so etwas wie ein bisschen freier Wille, das gibt es genauso wenig wie ein bisschen schwanger. Freien Willen gibt es nur im Gesamtpaket. Entweder wir haben ihn oder wir haben ihn nicht. Und die Geschichte lehrt uns, dass es auch keine Grenzen gibt, die die Menschen nicht überschreiten, um frei zu entscheiden, anderen unsägliches Leid zuzufügen. Aber selbst diese Massenmörder haben nicht alle Morde mit den eigenen Händen begangen. Hannah Arendt schrieb über Adolf Eichmann, das Problem mit Eichmann war genau, dass so viele wie er waren und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch waren, dass sie schrecklich und erschreckend normal waren. Und es immer noch sind. Diese Normalität war aus Sicht unserer Rechtsinstitutionen und unserer moralischen Urteilsgewohnheiten weitaus furchterregender als die Gräueltaten zusammen. Der freie Wille hat einen Preis. Aber es gibt nicht nur menschengemachtes Leid. Auch Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophen fordern ihren Tribut. Jedes Jahr sterben tausende Kinder weltweit an Leukämie. Der Tsunami im Jahr 2004 forderte mehr als 100.000 Todesopfer. In Afrika hungern jeden Tag mehr als 200 Millionen Menschen. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine neue humanitäre Katastrophe geschieht. Da ist die Frage berechtigt, warum Gott das zulässt. Diese Dinge sind eben kein Resultat des freien Willens. Kein Mensch will, dass Kinder an Leukämie sterben oder Menschen in Afrika verhungern. Um das zu verstehen, schauen wir in die Bibel. Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, weil sie Gottes Gebote missachtet und Schuld auf sich geladen hatten, da sagte Gott zu ihm, verflucht ist der Erdboden um deinet Willen. Mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren. Dein Leben lang Dornen und Disteln wird er dir tragen und das Kraut des Feldes wirst du essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Wenn uns die ganzen Katastrophen und Krankheiten und Unglücke als etwas Falsches erscheinen, das eigentlich gar nicht in die Schöpfung hineingehört, dann liegt das daran, dass es alles ursprünglich nicht Teil der Schöpfung war. Das nicht durch Menschen verursachte Leid ist mit diesem Fluch in die Welt gekommen. Falls nun der Einwand kommt, dass es sich bei Adam und Eva und der Vertreibung aus dem Paradies nur um einen Mythos handelt, darauf werde ich in einem späteren Video nochmal eingehen. Für die Frage, warum Gott Leid zulässt, muss an dieser Stelle das Material genügen, das wir von ihm erhalten haben. Sofern es denn in sich konsistent ist, was ich hier in diesem Video euch zeige. Die Ursprünge des menschengemachten und nicht menschengemachten Leides sind soweit geklärt. Nun im zweiten Teil des Videos möchte ich darauf eingehen, warum Gott dieses ganze Leid heute und jetzt nicht verhindert oder beendet. Denn die Prämisse, die besteht ja weiterhin. Ein allgütiger Gott möchte nicht, dass Leid in unserer Welt herrscht. Aber die Schlussfolgerung der Atheisten ist falsch. Es folgt eben nicht, dass Gott untätig zusieht und es ihn dahin nicht gibt. Es folgt stattdessen, dass Gott das Leid und das Böse ein für allemal besiegen und beenden wird. In der Bibel, in der Offenbarung heißt es, und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und kein Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Aber warum hat Gott dann nicht direkt die Ewigkeit erschaffen, ohne dass wir hier im Diesseits vorher den ganzen Mist mitmachen müssen? Sehr gute Frage. Die kommt auch aus den Kommentaren und das zeigt, dass ihr mitdenkt. Schauen wir auch dazu in die Bibel. Wenn auch unser äußerer Mensch verbraucht wird, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Maß hinausgehende unendliche Fülle an Herrlichkeit. Wenn wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare gehört dem Augenblick. Das Unsichtbare aber ist ewig. Was hier auf den ersten Blick wie eine Vertröstung auf das Jenseits ausschaut, hat eigentlich eine komplett andere Aussage. Die Last der Bedrängnis, also das Leid, das bringt uns in die Herrlichkeit, die wir im Jenseits erfahren. Das heißt, das Leid, das ist ursächlich für eine kommende Welt ohne Leid und ohne Schmerz, wie sie die Offenbarung beschreibt. Mit einer Einschränkung. Das gilt natürlich nur für diejenigen, die sich dafür entscheiden, die Ewigkeit in Gottes Gegenwart auch verbringen zu wollen. Dass das nicht ungerecht ist, das habe ich in einem anderen Video bereits erklärt. Das verlinke ich hier oben rechts nochmal, das könnt ihr euch gerne separat anschauen. Aber wie kann eine Welt voller Leid ursächlich für die kommende Welt ohne Leid sein? Ganz einfach. Die Entscheidung für oder gegen Gott ist nur dann möglich, wenn wir auch den freien Willen haben, uns gegen ihn zu entscheiden. Und wie wir gerade gesehen haben, hat diese Entscheidung gegen Gott als direkte oder indirekte Konsequenz das Leid in der Welt zur Folge. Also sind wir dann in der Ewigkeit doch alle feuchte Roboter? Also nimmt Gott uns im Jenseits den freien Willen wieder weg, sodass wir kein Leid mehr verursachen können? Auch das ist eine Frage aus den Kommentaren. Gut mitgedacht, Leute. Der freie Wille, der macht uns als Menschen überhaupt erst aus. Ohne freien Willen sind wir keine vollständigen Menschen mehr. Außerdem haben wir vorhin gesehen, dass wir ohne einen freien Willen nicht mehr in der Lage dazu sind, Gottes Gebot erfüllen zu können, ihn zu lieben. Daher steht fest, dass wir auch in der Ewigkeit unseren freien Willen behalten werden. Gott nimmt ihn uns nicht irgendwie weg und wir verlieren ihn nicht irgendwie im Himmel. Aber wir werden den freien Willen nicht mehr dazu benutzen, um anderen Leid zuzufügen. Zur Veranschaulichung, jeder von uns hat den freien Willen, entweder Babys zu Tode zu foltern oder keine Babys zu Tode zu foltern. Und jeder von uns trifft die freie Entscheidung, die ist einfach nicht zu tun, hoffe ich jedenfalls. Und genau so werden wir in der Ewigkeit, in Gottes Gegenwart, die freie Entscheidung haben, gegen seine Gebote zu verstoßen und Leid zu verursachen. Aber wir werden es genauso wenig tun, wie wir hier in diesseits Babys zu Tode foltern würden. Auch dies bestätigt die Bibel, zum Beispiel im zweiten Korintherbrief. Wir alle aber schauen mit aufgedeckten Antlitz die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es wirkt. Oder auch im ersten Johannesbrief, ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht zu Tage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zu Tage tritt, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In den Kommentaren gab es auch immer wieder Fragen, hätte Gott die Menschen nicht weniger aggressiv schaffen können? Hätte Gott nicht hier oder da oder dies oder jenes Leid konkret verhindern können? Zu dieser einen Frage gibt Gott eine sehr konkrete Antwort an Hiob und an Hiobs Freunde, die Gott für das Leid anklagen, das er an Hiob zugelassen hat. Wer behauptet, mein Walten sei finster und redet ohne Einsicht? Gürte deine Lenden wie ein Mann, dann will ich dich fragen und du lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Rede, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du es? Und wer hat die Messschnur über sie gespannt? Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß? Haben sich die Tore des Todes aufgetan und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du ermessen, wie weit die Erde ist? Rede, wenn du das alles weißt. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Und wo hat die Finsternis ihren Ort? Kannst du sie in ihr Gebiet begleiten und kennst du die Wege zu ihrem Haus? Du weißt es. Du wurdest ja damals geboren und groß ist die Zahl deiner Tage. Will der Besserwisser mit Schadai streiten? Wer Gott anklagen will, der antworte nun. Willst du wirklich mein Recht bestreiten, mich schuldig sprechen, damit du Recht bekommst? Auch Jesus sprach deutliche Worte, als er auf ein paar Galiläer angesprochen wurde, die von Pontius Pilatus hingerichtet wurden. Meint ihr, diese Galiläer wären größere Sünder gewesen als alle anderen Galiläer, weil ihnen dies widerfahren ist? Nein, sage ich euch. Aber wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen. Oder jene 18, auf die der Turm am Teich Shiloha stürzte und sie tötete? Meint ihr, sie seien schuldiger gewesen als alle anderen Bewohner Jerusalems? Nein, sage ich euch. Aber wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen. Besserwisser-Mentalität nützt also gar nichts. Vor allem dann, wenn man meint, man hätte eine bessere Welt schaffen können als Gott. Die Antwort darauf ist ganz klar. Anstatt darüber zu lamentieren, wie du einen besseren Job als Gott gemacht hättest, wäre es wesentlich besser, zu ihm umzukehren. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören und bleibt gesegnet. Ich will schauen, dass ich die Kommentare möglichst beantworte, aber durch den Islamkurs ist meine Zeit ein bisschen eingeschränkt und setze mir daher bitte nach, wenn ich es nicht unbedingt alles mehr so schaffe, wie noch im Dezember. Und auch durch die höhere Anzahl der Abonnenten ist mir schon aufgefallen, dass die Anzahl der Kommentare auch schon eigentlich auf ein Maß steigt, das ich nicht mehr unbedingt alle beantworten kann. Apropos Abonnenten. Durch das Erreichen der 100 Abonnenten haben wir jetzt auch die Möglichkeit, eine Kanal-URL zu erstellen. Das habe ich noch nicht gemacht, das werde ich noch machen und die dann hier unten für euch einblenden. Damit findet ihr den Kanal wesentlich einfacher und hoffentlich auch in den YouTube-Suchergebnissen, wenn man da derzeit auferstanden eingibt, dann kommt noch die Nationalhymne der DDR an oberster Stelle. Also bleibt gesegnet, bis zum nächsten Mal.